Hallo und herzlich willkommen bei Schapinato.de, dem Versandhandel von Messerschleifzubehör, Messerschleifgeräten. Heute möchte ich euch was vorstellen, vor worauf ich mich schon lange gefreut habe. Ihr kennt ja unser Werkzeug, diese Sechskant-Imbus-Schraubendreher, Schlüssel, weiß nicht mehr. Also sagen wir mal einfach Imbus. Und bei denen ist es so, man muss immer mehrere haben. Dadurch, dass ich verschiedene Größen habe, mal 4 mm, mal 3 mm, mal 2,5 mm, je nachdem. Man hat dann viel Werkzeug rumliegen. Und was ich mir überlegt habe, ist, warum nicht ein einziges Werkzeug, das in so einer schönen praktischen Box geliefert wird, wobei ich das wahrscheinlich rausnehmen würde. Jedem nach seinem Geschmack. Aber ich habe jetzt hier so einen praktischen Griff und hier, die sind extra zusammengestellt worden, die Größen sind extra so, dass ich alles, was ich im TS-Prov-Bereich habe, also von 1,5 mm bis 4 mm, das heißt, alle Klemmen, alle diese kleinen Madenschrauben, kann ich nur mit diesem einen Werkzeug bedienen. Ich nehme es zum Beispiel hier, nehme es raus, nach vorne, das ist, man kennt es. Und schon kann ich damit arbeiten. Wenn ich damit fertig bin, wieder zurück und kann direkt das nächste nehmen. Ich finde es toll, ich werde damit jetzt in Zukunft arbeiten, um nicht dann den Tisch voll mit Werkzeug zu haben. Diese wird es natürlich auch weiterhin geben. Von der Größe her sind sie identisch, wenn man das jetzt so zusammenbaut. Von der Länge her identisch, ja, das hier ist ein bisschen länger. Praktisch ist es, fühlt sich wertig an, ist jetzt nicht nur ein Billigklumpatz, ein Aluminium und das ist jetzt auch Stahl. Also schaut vorbei, unten ist der Link und probiert es aus. In dem Zuge möchte ich euch noch was vorstellen und zwar unseren Telegram-Kanal. Wenn du Fragen hast, wenn du dich mit anderen austauschen möchtest, wenn du dein Projekt vorstellen möchtest, wenn du dich nicht entscheiden kannst, was besser ist und auf der Suche bist, schau bei unserem Telegram-Kanal vorbei, ist auch unten verlinkt. Bist herzlich willkommen und wir sehen uns dort und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.